Als wenn Sie Ihren Kopf hier so reinstecken. Das habe ich gehört. Und Andy, sprich, na, Andy ist eine volle Munde. Oh mein Gott! Also wirklich, ich kriege ja kaum Haken runter. Komm rein, die Tür ist offen. Hi! Hallo! Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht, Engelchen. Oh, Herrlich. Wer seid denn so lieb? Nimm doch schon mal ein Gläschen Wein. Essen steht in fünf Minuten auf dem Tisch. Und spiele das. Super! 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 Sorry! Es ist aufgemacht. Ciao!